Ich mag, wenn man ehrlich gesagt zu euch. Jetzt sind wir es fünf in der Früh und ich muss sagen, ich habe kein Auge zugedrückt, weil ich weiß nicht, es ist wie vor 20 Jahren, obwohl ich fünf Jahre alt war und es ist das Christkind gekommen am nächsten Tag. Wir schauen sie lämle heute, was Besonderes sind. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018